Darf ich die Antwort dazu machen? Hallo Leute, willkommen zum 16. Tag der 30-Tage-Challenge. Bei mir dabei ist Benedikt. Hallo, ich bin Benedikt. Der ist unnötig, den müssen wir nicht weiter eingehen. Auf Kain. Mein Name ist Kain. Und da ist Milla. Wunderschön. Bis dann als zная. Bis dann als zная. Bis dann als z. Bis dann als zלה.